Ich war nicht mehr erwünscht. Der Abschied von Nationalspieler Max Meier vom Bundesligisten Schalken 04 zum Saisonende steht fest. Sportvorstand Christian Heide bestätigte am Donnerstag, dass der 22-Jährige die Königsblauen zum Sommer verlässt. Quelle, SIT Nächste Runde im Zoff zwischen Max Meier und dem FC Schalken 04, nach der Lügenaffäre um den Nationalspieler spricht der 22-Jährige nun über sein Seelenleben und greift die Klubbusse an. Nationalspieler Max Meier hat seinem Klub FC Schalken 04 Mobbing vorgeworfen und über die Gründe für seinen bevorstehenden Abschied gesprochen. Mir ging es nie ums Geld, sonst hätte ich ja das zweite, verbesserte Angebot angenommen. Deshalb finde ich es auch eine Sauerei von Clemens Tönnies, S04-Aufsichtsratschef, D. Reet, es im TV so hinzustellen, als ob es mir nur um Geld ginge. Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel, S04-Sportvorstand, D. Reet, arbeiten. Darum geht es. In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an, sagte Meier in einem Bildinterview. Meier hatte zuletzt zwei Angebote der Schalker zu einer Vertragsverlängerung abgelehnt, darunter angeblich einen Vierjahresvertrag mit bis zu 5,5 Millionen Jahresgehalt. Doch laut Meier sei er nach der Verpflichtung von Sportvorstand Christian Heidel zur Saison 2016-17 zunächst gar nicht mehr erwünscht gewesen. Für mich stellt sich die Situation so dar, dass mir Herr Heidel vom ersten Tag an gesagt hat, ich könne gehen. Das, was war, würde nicht zählen. Die Nationalelf schon gar nicht. Dann meinte er noch, dass ich nicht mehr viel spielen würde. Ich war nicht mehr erwünscht. Ich sollte verkauft werden. Als ich da nicht mitgemacht habe, sollte ich verlängern. Das habe ich nicht, sagte Meier. Dann sei Trainer Domenico Tedesco gekommen und habe gesagt, dass er mir keine Hoffnung auf viel Spielzeit macht. Ich kam mir wie ein Getriebener vor. Der Streit zwischen Schalke und Meier scheint damit endgültig zu eskalieren. Am vergangenen Mittwoch hatte der U21-Europameister seinen Arbeitgeber zunächst aus seinen sozialen Netzwerkprofilen entfernt, woraufhin der Klub am Donnerstag die Trennung zum Saisonende bekannt gab. Nach dem 1-Doppelpunkt 1 gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag folgte eine Lügenaffäre. Meier widersprach der Darstellung seines Klubs, dass er wegen einer Verletzung nicht zum Einsatz kam. Was soll ich sagen? Ich war nicht verletzt, sagte Meier, der auf dem offiziellen Aufstellungsbogen wegen einer Fußverletzung als Ausfall geführt worden war. Schalkes Trainer Domenico Tedesco entgegnete darauf, er hat am Mittwoch das Training wegen einer Fußverletzung abgebrochen. Jetzt scheint es ihm besser zu gehen, aber er hat zwei Tage nicht trainiert. Das ist Fakt. Nach der Bekanntgabe des Meier-Abschieds auf Schalke stellt sich die Frage, für welchen Klub der Nationalspiele in der kommenden Saison auflaufen wird. Am Freitag war Meier bei Hoffenheims 3.1 gegen Hannover 96 im Stadion gesichtet worden. Anzeige, jetzt anmelden, 100 Prämie sichern und die Bundesliga tippen. Über einen möglichen Wechsel nach Hoffenheim sagte Meier jedoch der Bild, nein. Ich habe mich mit meinem Manager Roger Wittmann getroffen, um mit ihm über meine Situation auf Schalke zu diskutieren. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Wir sehen uns auf der Übersicht, die wir in der Übersicht auf der Übersicht auf der Übersicht auf der Übersicht auf der Übersicht.